ich bin der renten unter andy hat kurz mich was fragt ja sag wie das ist nur einer war ach so dass es nur eine runde war der letzte part weil das fast schon zehn minuten waren und ich wollte ein paar kürzere parts haben ja das ist eine runde geht noch mal fünf minuten durch die replays und auch durch verlängerung stellenweise kommt dann doch schon mal viel viel länger gehen ich frage mich gerade wenn es endlich los geht jetzt demnächst kommt übrigens ein kostenloser dlc mit einem kolosseum als arena und wir haben einen der afk ist sagt zumindest gerade so aus ane da bestimmt nur geleckt oder so schade oder x pass hat es gemacht zuerst gedacht er ist afk dann das ane leckt und jetzt macht er noch so unglaublich unglaublich und wie schön ach kacke zum glück zum glück nichts passiert so und das blatt hat sich gewendet schade 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 Da hätte ich vielleicht nicht so gierig sein dürfen. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Nein! Ich habe ihn aber wenigstens nicht noch reingeschoben oder sowas. Das hätte jetzt gerade eben echt sehr gut passieren können, wie man jetzt in der Wiederholung sehen kann. Achtung. Hier. Ich habe ihn nicht berührt, gell, also... So, Andi hat einen Kohl zum Glück. Weil ich bin gerade vom Pad abgerutscht, nachdem ich getrunken habe. Don't drink and drive. Hat auch nicht geklappt. Jeder Einzelne hat es verkackt. Aber jetzt... Und rein. Oh Gott. Wobei das echt ein jämmerliches Tor war. Ja, okay. Andi sagt gerade, wenn er nicht weggeschubst geworden wäre, dann hätte er ihn noch reingekriegt. Kacke, der hat ihn zuerst erwischt. So, den lasse ich mal. Nein! Ah! Voll dran vorbeigefahren. Das gibt's net. Das... Ja, das war schlecht. Das war wirklich... Das war echt scheiße. Leute, renten und Andi präsentieren. Schlechtes Rocket League Spiel. Genau, das Feuer war gut und jetzt müssen wir's wieder ausgleichen. So sieht's aus. Oh! Hm. Schön gemacht, X-Bas. Ich such grad die perfekte Position. Aber die gibt's grad nicht. Wow! Alter, die wollen's wissen, der? Oh, scheiße! Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Oh! Oh! So, und zurück mit dem Kack. Ah! X-Bas. Boost sammle ich noch einen. So. Ah! Fuck! Andi war bereit. Er war bereit. Aber er geht rein, er geht rein, er geht nicht rein. Kacke. 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 So, das sieht doch sehr stark nach Nachspielzeit aus. Boah, wobei sie eben hätten so eine Chance gehabt, gell, wenn's jetzt noch eine Sekunde gegangen wär. So, schön, 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 schön. Fuck! 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 Fuck, die Falsche... Falsch angespielt. Weg damit! Jawoll, Andi, super! Äh. Hahaha. Fuck! Damit haben sie nicht gerechnet Damit hab ich nicht gerechnet Wow, knapp Und das war's aus für die Das... Kann ich das einmal ansagen und dann stimmt's? So, da konnte ich jetzt echt nicht viel machen So, das sieht aber schon mal gut aus Wir haben sie weggelockt Ah, kack, ne Millisekunde früher Fuck, ey, die haben eine sehr gute Defense Nein, nein Und da haben sie gewonnen Okay, aber verdient gewonnen Haben sauber gespielt Kann man nicht meckern Ich sag, danke fürs Zuschauen Wir sehen uns bei Der nächsten Runde Rocket League Und hier könnt ihr nochmal sehen Wie wir auf die Fresse bekommen haben Bis dann, Leute Ciao 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 Vielen Dank.